Deutsche Welle, Kalenderblatt 24. Juli 1953, DDR-Führung. Ulbricht übernimmt Parteispitze. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Dies ist wohl das bekannteste Zitat von Walter Ulbricht, Gründungsmitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, SED, und für lange Zeit der führende Mann in Partei- und Staatswesen der DDR. Der Mauerbau 1961 stellte die endgültige Konsolidierung von Ulbrichts Machtstellung dar, die er einige Male nur knapp behaupten konnte, um dann wie ein Phönix aus der Asche, gefestigt aus der Krise hervorzugehen. So auch im Sommer des Jahres 1953. Das SED-Regime war seit dem Spätherbst 1952 in eine Krise geschlittert, die zusammenhing mit dem von Ulbricht forcierten, planmäßigen Aufbau des Sozialismus in der DDR. Unter dem zunehmenden politischen und wirtschaftlichen Druck liefen der DDR ihre Bürger in Scharen davon. Zwischen 15.000 und 23.000 Menschen verließen die DDR monatlich Richtung Westen. Als die SED-Führung Anfang Juni auf Geheiß des Kremls eine neuerliche Kehrtwendung in der Politik vollzieht, weitert sich die Unzufriedenheit zu offenen Protesten aus. Die landesweiten Demonstrationen werden mithilfe der sowjetischen Armee gestoppt. Wie Hohn klingt da Ulbrichts Gespräch mit einigen Arbeitern am 23. Juni. Alle Befehle wurden pünktlich ausgeführt, ja? In der Volksarmee, ja? Die Kampfgruppen. Die Kampfgruppen nehmen immer noch da. Außerdem zur Unterstützung, nicht wahr, stehen da einige Panzer der Sowjetarmee in Reserve, ja? Da müsst ihr beim Gegner keine Missverständnisse gießen. Wir ziehen da einige Lehren da raus, ja? Na, also gut. Also, ich wünsche euch alles Gute, ja? Dankeschön. Wiedersehen, wiedersehen. Aber nicht nur die Bevölkerung, auch die SED-Genossen proben in diesem Juni 1953 den Aufstand. In der Politbüro-Sitzung vom 6. Juni mahnen Ulbrichts Gegner an, über die Empfehlung der Sowjets hinaus eine Generalüberprüfung der gesamten Politik vorzunehmen. Dabei fällt das Wort von der Ulbricht-Diktatur mithilfe des Politbüro-Sekretariats. Man setzt eine Kommission ein, die Reformvorschläge erarbeiten soll. Erich Honecker, einer der wenigen verbliebenen Ulbricht-Getreuen, notierte, alle fallen über Walter her, er wird wohl unterliegen. Am 26. Juni werden die Genossen konkret. Rudolf Herrnstadt, der Chefredakteur des Neuen Deutschland, spricht Ulbricht direkt an. Es tut mir leid, Walter, noch Folgendes sagen zu müssen. Wäre es nicht besser, wenn du die unmittelbare Anleitung des Parteiapparates abgibst? Auf dieser Sitzung wird eine Empfehlung an das Zentralkomitee verabschiedet, das Sekretariat des Zentralkomitees aufzulösen und die Funktion des Generalsekretärs des ZKs abzuschaffen. Während die Vorschläge umgesetzt wurden, hätte dies die Entmachtung Ulbrichts bedeutet. Aber auch dieser Aufstand wurde mithilfe der sowjetischen Genossen vereitelt. Denn beim nächsten Treffen der Reformer am 3. Juli, an dem über die personelle Zusammensetzung der neuen Führungsgremien verhandelt werden sollte, taucht plötzlich ein sowjetischer Funktionär auf, der erklärt, die Sowjetunion befürworte eine Leitung des Zentralkomitees durch eine Reihe von Sekretären. Zum Zwecke der Zusammenfassung und Koordinierung solle dann einer als erster Sekretär bestimmt werden. Mit dieser Rückendeckung ging Ulbricht dann zum Gegenangriff über. Der Entwurf der Reformer stelle den Klassencharakter der Partei in Frage, erspalte die Partei und vertrete sozialdemokratische Ansichten. Als er dann noch einige seiner Gegner mit dem sowjetischen Geheimdienstchef und Nachfolger Stalins Beria in Verbindung bringt, der gerade wegen verbrecherischer staats- und parteifeindlicher Tätigkeit verhaftet worden ist, kippten die Genossen um. Die Gegner Ulbrichts werden aus dem Zentralkomitee ausgeschlossen. Damit ist der Weg für Ulbricht frei. Am 24. Juli 1953 wird er zum ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED ernannt. Damit hat er wieder die Schlüsselposition in der Partei inne. Die Ära Ulbricht wird erst 1971 beendet, als ein politischer Ziehsohn Erich Honecker seine Ämter übernimmt.